Willkommen zu einer neuen Folge Brawl Stars. Heute habe ich vor, Mord ist auf Gerang, 20 zu pushen und 500 Trophäen. Und die fällt gerade auf, ich brauche nur noch 43, wie nennt man das, Tokens oder Punkte, keine Ahnung, bis ich den neuen Brawler freischalte. Mega cool, ne? Ich habe 457 von 500. Ich würde sagen, gehen wir jetzt erstmal die erste Runde Brawl Stars. Let's go. Okay, let's go. Und nie. Oh Mann, ich muss mal gleich die Kamera besser machen, man sieht ja gar nichts. Na ja, 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 ne doch, man sieht schon gut. Man sieht halt den Hintergrund, das ist voll kacke. War das ein Fehler? Nein, war es nicht. Doch, war es. Oh, gosh. Jo, Leute, also ich spiele jetzt die restlichen Runden. Also jetzt auf jeden Fall ein paar Runden alleine. Ciao. Boah, ciao. Jetzt bin ich. Jo Leute, ich habe auf jeden Fall jetzt ein bisschen gepusht, also auf 450, ich würde sagen, so spiele ich jetzt mal eine Runde on camera und let's go! Direkt mal in die Runde. Lass mir die Kamera noch zurecht schieben. Perfekt. Okay, mal gucken, ob wir gewinnen oder nicht. 50 Trophäen hätten wir schon mal. Nice, nice. Hm. Wir könnten gleich drauf, wenn der bald noch rot ist. Okay. Ja. Jessie. Oh, Kacke. Na ja, komm. Guru. Guru. Da gehe ich. Das ist immer so. Immer, wenn ich aufnehme. Ich schwöre es euch, Leute. Es ist immer so, wenn ich aufnehme. Immer. Immer. Es ist so. Immer. Oh, das ist unglaublich. Oh, Mann. Ja, nee. Ich gewinne jetzt eine Runde. Fällig. Okay. Nee. Okay. Das ist blöd. Leute, wir sehen uns, wenn ich Mods auf 480 habe. Ciao. Jo, Leute. Ich habe jetzt eine Runde. 470 Trophäen. Ich würde sagen, ich spiele jetzt mal wieder eine Runde mit euch. Also on camera. Puh, das wird langsam echt schwer, Mods zu pushen. Naja, es fehlen ja eh nur noch 30 Trophäen. Oh, ja. Ja, die Kamera sieht das nicht gut. So. Äh, ja. So ist, würde ich sagen, perfekt, oder? Ja. Ein Spike. Okay. Da traue ich mich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Es passiert immer. Es passiert immer, wenn ich Kamera anmache. Ich hasse es. Oh Gott. Ich weine gleich. Es passiert wirklich immer nur, wenn ich die Kamera anmache. Es ist unglaublich. Es macht einfach schon wieder keine Lust mehr. Ja, lasst mich raten. Der Hit betötet mich jetzt. Ja, wie kennt man es denn? Leute, wir sehen uns, wenn ich auf 500 Trophäen bin. Obwohl, nein, auf 490. Also Leute, das war es jetzt mit dem Video. Ich würde dann sagen, äh, ciao, ne? Bye.